Chill habe ich gesagt! Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu der Versace 3 Wir machen heute... Du bist immer wieder auf Facebook Jaja, immer diese Facebooksüchtigen Ok, heute machen wir die Escape Branch meine Freunde Ich habe kurz noch mal abgecheckt was da politische Lage ist, Brudi Ah ja, Politik, geh mir weg damit hier in dem Video, muss nicht sein Ähm... So, die Escape Branch machen wir heute meine lieben Frauen Krissi Hier unten Hier unten Krissi, ich weiß wie es hier weiter geht Da verpasst du halt den Spaß, mir doch wurscht Pass auf was ich hier jetzt gleich mache Ich seh dich eh Oh shit, das muss ich auch machen Das ist geil Das war so klar Juhu Ok, das fetzt Gut, die Escape Branch meine Freunde So, schön in der Es... Woah, Hilfe Leck Willkommen zur Escape Branch Ich bin ColdFusion Der Ersteller von diesem coolen Gefängnis Darf ich schon den Namen? Iron Miley Hahahaha Ähm... Crip Branch, okay Um die... Cyan Wool zu bekommen Also um diese Küse volle zu bekommen musst du einen Weg finden um diese Zelle zu... Escapen Ich glaube ich geh erstmal pennen Gut, wir gehen pennen Vielleicht ist das... Das Ziel Nein, anscheinend nicht Hi Ähm... Das ist es wohl auch nicht Äh... Die Tür ist offen Hä? Ich hab die Tür aufgemacht Nämlich... Ja Was? Oh Ich hab das... Als würde es so einfach sein Oh Ach so LOL Wow Bro Ich... Ich... Oh Die... Die... Türkise Dimension Escape ist impossible Eventuell Alter Falter Das müssen die in Minecraft reinbauen für die Endcities Wow Schau dir diesen... Diese Spinne da rundherum an Alter Das ist komplett crazy Das ist so crazy Digga Das ist so crazy Eidi Trial 1 Eidi Puzzling Pash Pillars 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 Eiii Eiii Crazy Du bist so'n Arsch Easy Okay Das ist noch relativ einfach Die Escape Branch Aber bisher ist hier noch nichts mit Elytra Hm Hm Warte Ich bin ja gespannt ob hier noch was mit Elytra kommt Escape wird sich ja theoretisch anbieten dafür Okay hier nicht Hä was tut das? Warte Ach mach das hier draußen was? Mach jetzt... Ja genau Jetzt mach du mal auf Mhm Ah ja okay Gut Hier Ah Ja Okay Und jetzt hier Und hier Eieiei Okay Müssen wir jetzt hier quer durch den ganzen Turm hochklettern Ernsthaft? Möglicherweise Ui Achso Warte du musst... Nein Ah Ja okay genau so Dann müssen wir das hier einfahren Das ausfahren Und du sollst mich nicht runter schlagen So Wunderbar gemacht Chrissy Danke dir Auch wenn du mir bestimmt nicht helfen wolltest Sondern mich einfach runter pushen wolltest Boah Nein Nein Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Weg da Hör jetzt auf Lässt mich Hä? Was ist da jetzt? Achso Leute Okay Okay Oh nein Oh Ah 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 Okay Alles gut Ich bin so gut Boah ich bin oben Ich nicht Ich bin besser als du A glorious living room Wo ist hier ein glorious living room? Äh Gloria Frostburn Frostburn The Elbror Mansion Hallo Ich mag auch nen Bogen Ah So Okay Trial 2 No jumping allowed Wie jetzt Wie jetzt? Hä? Hä? Achso das sind Checkpoints Achso Okay Cool 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 Äh no jumping allowed Aber man kann ja nicht springen Nein Nein Oh Gott Was? Wie soll ich das denn hinkriegen? Wow Wow Helfen Warte Nein Warte Du musst mir da jetzt glaube ich helfen Nein Die Map soll ja auch alleine möglich sein Ja Man muss hier nur die richtigen Dinge immer Activaten Ja und wie activatest du jetzt das nächste ohne da unten zu sein? Ja ich merke schon das ist tricky Ähm Ja genau jetzt komme ich da weiter nämlich So Äh dann musst du jetzt mal da kurz hoch Schätze ich Ja Rotate ich das da oben eigentlich auch? Warte Ja Glaub ich auch Ah ja Achso Jetzt bin ich da irgendwie Warte ich finde das irgendwie Ich glaube die Map äh erkennt ob du quasi Alleine oder zu zweit bist? Ja ich glaube schon Das kann sein Achso Ah ja Ah ja Das erklärt so einiges Gut Situation geklärt Gut Nein das war jetzt ganz doof Raffi Oh sorry Fuck Warte Shit Komm hier rüber Jawoll Nein Nein so nicht Nein das war's nicht Nein der war's Ja aber ist auch nicht ganz richtig glaube ich Oh sorry Nein kannst nicht Nein das funktioniert auch nicht Ich war eh schon weiter tatsächlich Ja 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 Hier diese Treppen Ja genau genau Der war's genau Den hast du mir jetzt vorher grad weggesteilt leider Ah ok So warte hier müssen wir Achso ne warte Die Frage ist welcher auf welchen Block müssen wir drauf damit wir nicht runter fliegen Hö Ok das hat nicht hingehauen Hier müssen wir rüber Ja Du wirst mich verarschen Ja das war jetzt aber echt blöd von dir Grüß dich Hallo Hallo Du hast den vorher schon gehabt den richtigen Nein Ja nein nochmal Ja ist es Genau so Da drauf und jetzt müssen wir da wieder save und müssen den wieder finden den richtigen Genau Das war noch nicht ganz richtig Achso warte doch das war richtig wir müssen einfach nur jetzt auf den mittleren Ding weil der ist ja immer da Ja Ja Jetzt Der da Genau auf den müssen wir drauf Und jetzt müssen wir irgendwo Ahja da können wir Wunderbar Nochmal Ohan Und nochmal Ja jetzt haben wir es wunderbar Haben wir jetzt Checkpoint dadurch aktiviert Ja Ahja das ist sehr schön Wollen wir probieren den Checkpoint Das ist aber nur ne Leiter Hab ich grad geguckt Wo Einfach da Wo du gedrückt hast Ah ok chillig Äh aber Was genau müssen wir Warte Meinst du Oh shit Achtung Ok jetzt müssen wir erstmal abchecken wo kommen die Orangen Ok Ok Oh Gott ok hier also am Rand stehen Ganz am Rand Ja genau ok Warte Oh ja so geht es auch Ja genau Ja genau Und jetzt wieder Nein 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 Wieder ganz an den Rand sneaken Ja Ja Du musst schießen oder ich Äh ich kann auch Ja Ok Dann hier einmal so Genau Dann hier hinten sneaken Chrissy Hier an den Rand Musst du Kommt auch gleich mit Wir können hier zwei Blöcke nebeneinander Dass er Zack Dann Hier ganz rüber rechts Ok Und Wunderbar Das hat auch ganz gut geklappt Was müssen wir hier jetzt machen Nochmal den ganzen Spaß Ah Dafür ist also die Trapdoor da oben drauf Ok Ok Sollen wir dann nochmal hinten hinschießen Ui Ok Hier rüber Ja und dann können wir nochmal den Checkpoint aktivieren Ok Alles klar Haben wir es noch nicht geschafft Ok schade Äh nochmal wechseln vielleicht Mhm Ja Alles klar Na Oh really Ok Nochmal Hol Oh Boah Alter Jo Oh man Sag mal Wieso sind das viele Leitersounds Was bist du eigentlich für einer man wirklich jetzt aber Du müsstest jetzt wieder Ah Halt 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 Davor ATP ich dich Weil du müsstest da oben jetzt das Ding wieder machen Aber das ist echt ziemlich cool gemacht eigentlich Ja Finde ich ziemlich nice Hier wieder so dieses rotierende Spiegel Alles klar Hier rüber Jo Alles klar Dann Wir müssen aber nach oben Jaja Ich weiß Aber ich denke mal wenn wir hier oben sind Jaja genau Dann können wir Genau so Ha Ich bin so ein Rätsellöser alter So Ja 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 Funktioniert grad Ok Warte ich probier den hier mal zu drehen Chrissy Ja das sieht doch Ja von hier aus geht's nicht Ah ne doch nicht Ah warte das ist jetzt kritisch Ich weiß nicht Ich weiß nicht Das geht noch nicht Das geht noch nicht Das geht noch nicht Das geht noch nicht Da müssen wir nochmal abchecken Ah verdammt Obwohl warte mal Oder Ah Hier ist blöd Was kann das Warte Chrissy Ich schieß gleich Ok Ja das sieht doch schon besser Jawoll 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 Warte Jetzt müssen wir den da drüben Schätze ich drehen oder Mhm Mhm Das funktioniert noch nicht so wie es soll Wo haben wir denn hier ne safe Ach die Plattform hier ist safe Chrissy Die Plattform hier ist safe Wow Hier muss es noch irgendwas geben Warte 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 Von hier aus Huh Huh Ah Oh lol Haha Warte kann man von der Etage aus vielleicht irgendwas erreichen Ich glaube nicht ne Äh schieß einmal kurz drauf Ich bleib hier stehen Hier dürfte ich safe sein Ok warte Ähm Schieß nochmal Ah ja Ich weiß zwar nicht wie es im Singleplayer möglich sein soll Aber Wir haben uns hier wie es aussieht gerade ein bisschen durchgescheatet Ähm Warte So jetzt kann ich ja hier theoretisch oben hin Und dann kann ich dir den Checkpoint da unten aktivieren dann Dann musst du es ja theoretisch nicht schaffen Joa Genau Na bitte Läuft doch So hier Oh Professor Orange Ähm Wieso danke dir Ich mag nen Guten Handshake Nein 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 Was zum Teufel Ich hab den nicht umgelegt Ja ich irgendwie aber keine Ahnung warum Ja toll Woah Alter ne chill Warte mal Ne ne hier haben wir noch keinen Checkpoint Chill out Warte gehts weit runter Ja Ja The Diverse Foyer Okay ein Foyer Oha Jetzt haben wir nen Checkpoint Das heißt trotzdem nicht dass du mich runter schießen sollst Okay Okay Was haben wir hier Äh ColdFusion sagt Äh Er muss sein Game upsteppen Damit wir hier für immer bleiben Das kommt mir bekannt vor mit den Lasern Probieren wir das mal Vielleicht macht das irgendwas Oder Trial 3 Don't blow it Okay vielleicht müssen wir in dem Raum nicht mehr was machen ja anscheinend Don't blow it Vielleicht hauen wir einfach den Creeper runter hätte ich gesagt oder Ja Ja perfekt Warte ich hab dieses blöde dieses name tag ich weiß nicht Ah Ja benenn ihn zu Sch Dann kann er vielleicht nicht explodieren Oh Woah Hä Warte hier Oh Okay Knock Knockbacks Works best with Creepers also friends Ich werd besorgen Hahahaha Hahahaha Wunderbar Hahahaha Genau in dem Moment Wo ich dich runter gestoßen hab Bliesst du das einfach vor mit den Friends Hahahaha Oh damn Beim singe ich 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 Mann das ist ich Bis zum nächsten Mal.